Florian Silbereisen konnte nicht glauben, was passierte, als er den Heiratsantrag von Beatrice Egli hörte. Sein Herz schien für einen Moment zu schlagen und hatte das Gefühl, dass alles um ihn herum verschwommen und distanziert wurde. Das war nicht nur eine große Überraschung, sondern auch eine äußerst bedeutungsvolle und unvergessliche Überraschung. Als Beatrice die Musik und Texte der Liebe sang, spürte Florian ein Zittern in seinem Herzen. Jedes Wort, jede sanfte Note schien ihn in eine neue Welt zu entführen, in der Noah und Beatrice existierten. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts ist mit diesem Moment vergleichbar. Als Beatrice Florian einen Heiratsantrag machte, erfüllten Überraschung und Glück sein Herz. Er verspürte ein starkes Gefühl, das er noch nie zuvor erlebt hatte, einen Nervenkitzel und eine Aufregung, weil er wusste, dass die Person, die er liebte, ihn auch liebte und sein Leben mit ihm teilen wollte. Alles um ihn herum schien in diesem Moment verzögert zu sein und Florian konnte es nicht mehr zurückhalten. Vor Überraschung und Freude konnte er seine Gefühle nicht zurückhalten und konnte nicht anders, als auf Beatrices Vorschlag mit einer herzlichen Umarmung und einem süßen Kuss zu antworten. Es war der denkwürdigste und bedeutendste Moment im Leben von Florian Silbereisen. Er wusste, dass sein Leben von nun an nicht mehr dasselbe sein würde, sondern von Liebe und Verständnis geprägt sein würde und dass das Glück in jedem Tag immer präsent sein würde. Mit unbeschreiblichem Schock und Glück blickte Florian Silbereisen in die Augen von Beatrice Egli, der Person, die sein Leben veränderte, und wusste, dass ihre gemeinsame Reise eine bedeutungsvolle und glückliche sein würde. Beatrice Egli bringt Florian Silbereisen in eine unvergessliche Situation. Als der Heiratsantrag bekannt wurde, hatte Florian das Gefühl, vor einem wundervollen Bild von Liebe und Glück zu stehen. Jeder konnte die Überraschung und das Glück in seinem Gesicht sehen, aber in seinem Inneren waren Florians Gefühle überwältigend und unbeschreiblich. Florian schenkte Beatrice lange Zeit viel Liebe und besondere Aufmerksamkeit. Allerdings hätte er nie gedacht, dass Beatrice eines Tages all ihren Mut aufbringen würde, um ihm ihre Liebe zu gestehen. Das macht jede Sekunde, die in diesem Moment vergeht, äußerst kostbar und geschätzt. Als Beatrice ihre Liebe gestand, spürte Florian ein Zittern in seinem Körper, aber gleichzeitig fühlte er sich ruhig und friedlich in seinem Herzen. Er hatte das Gefühl, einen Traum zu haben, einen Traum, aus dem er nicht aufwacht. Es existiert kein x, das ist das gleiche wie, für alle x gilt nicht f von x. Wenn es kein x gibt, bedeutet das, für alle gilt nicht. Das ist eine äquivalente Aussage. Es existiert keins, ist das gleiche wie, für alle gilt nicht. Man kann sich auch rein auf der symbolischen Ebene merken, das hilft einem beim Umformen, dass wenn man so nicht nimmt, eine Negation nimmt und über den Quantor drüber zieht, hier hin, dann ändert sich der Quantor vom Existenz-Quantor an All-Quantor oder umgedreht. Das gucken wir uns auch gleich an, wie das ist im All-Quantor, aber auf jeden Fall gilt diese Aussage. Und genau die kann man hier drauf anwenden. Es existiert kein x, für das das hier gilt, ist dasselbe wie, für alle x gilt die rechte Aussage nicht. Jetzt sind wir schon relativ ähnlich zu dem, wo wir hinwollen. Hier steht für alle x.